hallo ihr hübschen so sieht es gerade hier bei mir aus denn ich räume natürlich weiter um aus wie auch immer verschenke verkaufe der korb hier vorne war voll den habe ich vorhin geleert genauso wie der denn irgendwie habe ich das gefühl vielleicht bekomme ich ja doch noch die den papier container unten bei uns hier in der gegend voll ich habe ja noch hier einiges nun wenn ich das dann irgendwie alles aussortiert habe was ich aussortiert haben möchte wollte ich dann die sachen die noch übrig sind wieder neu sortieren bin auch stolz auf mich denn ich habe ein buch gesucht was ich wieder gefunden habe aber eine also zwei sachen die ich irgendwie verlegt habe oder was auch immer das sind einmal die engelkarten von michaela märten und dann noch eine brille also meine ersatzbrille die finde ich auch nicht wo ich dann denke bei der ersatzbrille leute ehrlich dass ich die vielleicht doch mit einem rucksack weggeschmissen habe ich werde mal mit euch kurz auch noch mal ins schlafzimmer gehen da habe ich ja auch kleider stücke und rucksack und sonst was alles aussortiert einiges wartet mal so jetzt und das hier wollte ich auch noch mal umsortieren keine ahnung eigentlich ist das zusammen ist das ein winter set ja und hier auf dem bett ist noch das sommer bett decke und so und wenn man ja sozusagen mit jemandem zusammen schläft braucht man ja mehr decken oder besser gesagt dann braucht jeder seine eigene decke wenn das dann halt ja so erwünscht ist ja hier sortiere ich auch noch aus deswegen stehen die kisten da und alles mögliche dann habe ich ja rucksäcke aussortiert also so ein hatte ich halt in glaube ich drei oder vier mal und den habe ich eigentlich aussortiert also weggeschmissen und noch andere kaputte sachen vielleicht habe ich da aus versehen meine ersatzbrille mit weggeschmissen dann bin ich hier auch noch am rumwurschteln wie man sieht dann habe ich gedacht ich habe ja schon ein video mal hochgeladen wo ich alle video video kassetten also einige aussortiert habe da ich ja sozusagen die sind sind ja jetzt voll damit ne und ich hatte ja sozusagen glaube fünf oder sechs kisten voll jetzt sind es nur noch drei nur noch sag ich mal aber mir kommt es vor es ist vielleicht doch noch zu viel und vielleicht sortiere ich da auch noch mal aus oder schaue mir das noch mal an und dann gucke ich ob ich das vielleicht doch so wegschmeiße oder so loslasse das kann ich noch nicht so ganz genau sagen dann mein bett habe ich genauso wenig gemacht wie das ganze andere weil ja was bringt es irgendwie bringt es irgendwie ja und hier ist auch noch was wo ich die ganze zeit darüber nachdenke ist es noch alles neu eingepackt ob ich es verkaufe verschenke oder ob ich anfange wieder scooby duben da zu knüpfen das ist noch nicht ganz in mir deswegen liegt es hier im bett und schlafe jetzt sozusagen seit drei tagen damit so und trotz alledem habe ich angefangen zu lesen ja dieses buch hier was ich eigentlich verschenken verkaufen was weiß ich was wollte es kam mir gestern über und ich hatte also ich habe bin jetzt schon fast das halbe buch habe ich durchgelesen und ja mir kam mir kam so ich wollte sogar dazu was schreiben also ich habe gedacht nein ich werde das ja auch machen das habe ich mir jetzt gedacht nicht gedacht sondern das wünsche ich mir und das werde ich auch machen eine rezession dazu schreiben weil es mir sehr wichtig ist so so viel dazu und jetzt gehe ich mal mit euch noch ins andere zimmer so das ist ja eigentlich das kinder kinderzimmer gästezimmer bürozimmer war es ja damals also damals sag ich mal das hat ja der eine oder andere nicht gesehen wie es hier aussah da standen hier vorne noch regale also die und da auch also die sind ja jetzt drüben im wohnzimmer und alles war voll hier also noch voller als jetzt also das ist ja eigentlich schon noch leer und das ist leer genauso wie die schränke die sind alle leer und das was hier jetzt alles ist das ist steht halt so zu verschenken verkaufen steht halt auch einiges bei ebay kleinanzeigen drin oder bei ebay sozusagen genauso wie dieses dieses hier da habe ich mich ein bisschen verkauft besser gesagt das ist größe m und meiner meinung ist es größe 34 36 weil ich habe gefühlt jetzt achten größe 38 40 und ich kam da gar nicht rein also das ist einfach viel zu klein geschnitten es ist eigentlich ein sehr schönes kleid finde ich hatte ich zeige euch das mal so und das steht jetzt auch bei ebay kleinanzeigen drin für einen kleinen euro weil ich es loswerden möchte und dann hier meine absolute lieblingsjacke damals wo ich noch schön schlank war so small also 36 leute ich fand ich habe mal wirklich eine 36 gepasst besser gesagt auch so sogar noch kleiner aber wie gesagt ich bin ja am aussortieren ach ja dann habe ich noch eine jack also noch mehr jacken hier genauso wie diese hier die passen auch gerade weniger aber ich fand die noch sehr schön außerdem habe ich extra die knöpfe hier mal angenäht so richtig dass sie nicht wegfallen also vielleicht interessiert sich ja noch einer dafür wenn ich das dann hochlade bei ebay kleinanzeigen oder so ansonsten ja keine ahnung ob ich oder also rein hungern möchte ich mir auch jetzt weniger wobei ich ja jetzt die letzten tage auch weniger gegessen habe habe schon abgenommen das sind die päckchen also das sind kisten zum verschicken für ebay und ebay kleinanzeigen ganz drauf an so viel dazu also ich bin ja noch sehr fleißig da ist altkleider und das ist auch noch zu verkaufen das steht auch noch drin und was weiß ich und hier ganz viele man hat ja noch so viele gardinen ja also ich habe gedacht mein gott was ich alles gesammelt habe eigentlich habe ich ja genug vorhänge und gardinen also die hängt übrigens die eine die da liegt ja also die hier die fällt immer runter also ich habe das hier schon dieses teil extra mit heißkleber festgemacht schon so oft aber ich denke mal das ist einfach dieses material von diesen das hält jetzt gerade hier ne wenn man so sehen kann so und und die kleinen halten auch immer also die großen die fallen immer runter ist egal wo im schlafzimmer küche und hier in den zimmer ich denke mal dass es an der an den materialien liegt und auch an dem an der an der kälte des zimmers und diese heizung ist eine ganz alte heizung und ich freue mich schon auf den 27 28 11 da wird hier die werden hier die heizkörper ausgewechselt bis dahin müsste ich dann also dieses chaos hier irgendwie ein bisschen ja beseitigen und hier das ist so also diese wand ne leute ich sage das ist holz oder das ist das ist keine richtige sowie hier das ist so richtig wand hier und das sind hier so ich sage immer so pappwände so plastik holz wände und die sind auch eiskalt so jetzt ich mal jetzt bei der witterung jetzt wird es immer kälter und wenn es richtig kalt draußen ist sind diese wände hier sehr kalt ja schade drum weil die zimmer sind dadurch natürlich auch etwas kälter aber was bringt so das wollte ich euch einfach mal berichten so wie es halt gerade läuft hier dann kann ich noch dazu sagen dass ich gerade weniger im facebook bin ich lese jetzt also jetzt erst mal das buch von michaela merten so ich gehe auch ich nehme euch jetzt auch mit in die küche ne so hier ist meine chaos küche gerade ich bin ja jetzt gerade so sozusagen die chaos queen hier das ist also ich darf alles noch abspülen weil ich habe ja eine spülmaschine die seit jahren kaputt ist ne und ja bin halt jetzt weniger dazu gekommen aber ich habe mir halt was gutes getan und mal doch also hier diesen smoothie habe ich getrunken dann habe ich mir heute sowieso ein smoothie gemacht so und ich habe mir auch mal was gekocht oder sonst würde ja nichts liegen hier ja und dann liegt hier noch ja die meine handy sammlung ne diese stehen alle zu verkauf besser gesagt diese hier sind jetzt bei ebay verkauft worden und ich glaube dieses hier auch und dann darf ich die restlichen vielleicht wenn ich möchte erst in vier noch mal reinsetzen oder ich setze die bei ebay kleiner zeige rein das entscheide ich dann später das steht auch noch zur verkauf verschenkung und dann habe ich hier noch salz und pfeffer streuer die wollte ich auch loswerden sozusagen und ansonsten ja sieht es hier so jetzt aus wie es halt aussieht und ich gebe zu ich tue dieses ganze jetzt hier weniger beurteilen oder verurteilen weil ja das ist halt ich bin halt in einer stetigen veränderung und so verändert sich auch die wohnung und ich hoffe ja mal dass dieses chaos hier hoffentlich bis weihnachten verschwunden ist und dass es dann wieder schön aussieht ich hoffe ja noch die hoffnung stirbt ja immer zuletzt wie man immer so sagt ne so viel dazu und was soll ich euch schönes zeigen ach ich zeige euch was schönes damit ihr zu den schluss wie schluss des videos auch was schönes sehen könnt finde ich zumindest das ist schön also ich wünsche euch eine schöne zeit lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video